Hier ist unsere neue Wellness-Dusche, die IONIQ Power Shower von BLUE. Mit dabei sind zwei Filterkartuschen, die nach Zitrone duften. Ich versuche die jetzt mal zu montieren. Dafür nimmt man erst den Duschkopf ab, steckt die Kartusche hier rein, hier diesen Sticker abziehen. Da noch richtet man nichts. Jetzt wird es hier einfach dran gedreht. Mama, komm mal kurz raus. Ja, komm raus. Hier diesen kleinen Pinöppel noch abdrehen. Das ist zum Beispiel, wenn man den Duschkopf mal mitnehmen will, damit nicht alles ausläuft, hat man hier so eine kleine Schutzkappe. So, jetzt muss ich den alten Duschkopf abdrehen. Man sieht gleich den Unterschied hier. Der ist viel größer, der neue. Und das ist unser Alter, der kleine. Und da sieht man gleich, dass die Fläche, wo das Wasser dann durchbaut, schon mal viel größer ist. Und das kommt auch weg. So, jetzt ist das Ding dran geschraubt. Und da stand, dass man erst mal mit heißem Wasser durchspülen soll, damit sich der Duft voll entfaltet. Das probieren wir jetzt mal aus. Oh. Die wird ganz heiß. Ich muss da nicht rein. 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 Immer noch heiß. Immer noch heiß. Jetzt? Nein. Jetzt? Jetzt geht's? Nein, ich kann. Du musst doch da unten rein. Da ist es doch. So, jetzt müssen wir noch rein. Jetzt? Ja. Jetzt? Ich bin ganz weit an das Wasser. Fast wie in der Sauna. Wenn man da sieht. So sch assessments. Also, wir brauchen ein richtiges Ding. Ah, ja. Alles black. Moment mal, is klar. Schau, schau! Soll er wieder ausmachen? Nein, lass es an. Anlassen? Gut. Ich habe ihn noch ein bisschen nasser hier. Ist noch offen. So, dann können wir ihn erst mal wieder aus, ja? Nein.